Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir haben hier eine F2 Batterie im 30mm Bereich von Klasek und zwar die Zorb oder alternativ kann man auch sagen der Bed Org. Ich weiß nicht warum hier Bed Org drauf steht und hier Zorb. Das soll uns ja erstmal nicht dran hinderen. Ich guck mal kurz nach der NEM. NEM haben wir hier von 304 Gramm. Preislich war so 15 Euro, 14,90 gekauft habe ich sie bei Zündidee. Auch hier wieder Zündidee und Röder sind in der Infobox verlinkt. Dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus zur Zündung und schauen uns mal die Bed Org an. Keine Ahnung wie die heißt. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. Jetzt fangen wir an mit der Bed Org. 15 Euro oder so. Bis zum nächsten Mal.